Leute, schön die Cousaradas. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ok, wie ist Oschi? Ja, guck mal, Codouane-Eier eingelegt. Ja, ich hab selber Codouane. Ja, guck mal, ich werde euch zeigen, die Codouane, wo ich hab. Und dann die legen so eine Eier, so eine schöne Eier, die schmecken gut in die Konserve. Ja, eingelegt. Mensch, schmeckt das, Leute. Habt ihr auch gerne Codouane-Eier? Das schmeckt gut, ne? Mensch, schmeckt das gut. Mäusch, Mäusch, Mäusch. Guck mal, guck mal. Mhmm, 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 mhmm. Schmeckt das gut. Leute, schmeckt das gut. Wenn wir selbst sind und selbst kochen tun und einlegen, wenn wir frieren, wenn wir in die Kauze, wenn wir in die Kauze, das schmeckt viel besser, die gekauft. Much mehr Gostos für Kauze. Mhmm, mhmm. Untertitelung. BR 2018